Hallo und willkommen zurück zu Dead Island in der Wand, also Flitzbeam zumindest, in der Wand. Komm mal hier! Huuh, Bärd ist auch mit dabei und... Huuh, Bärd ist auch mit dabei und... Ah, es kommt aus der Wand! Hilfe, wie machst du das denn? Warum läufst du in die Wand? Du glitschst hier! Einfach in die Ecke laufen! Geht das? Könnt ich auch weg? Ja, bist du. Komplett weg! Echt? Ja. Geil, das sieht gar nicht so aus! Und hey! So! Wo, wo, wo? Wie, wie? Was? Bescheid! Wo wollen wir denn hin? Genau! Wohin genau! Genau! Weiß nicht, da wo wir hinfahren! Okay! Stimmt, sage haust! Wo wir eben waren, für euch, vor zwei Tagen! Ach ja, stimmt! Für uns war es eben! Eben grad! Richtig! Richtig! Jaja, Huwi ist ganz gespannt auf hier... Dingens hier! Fist of... ...ins Gesicht hier auszumomieren! Hahaha! Den fand ich gut! Fist of ins Gesicht, so heißt auf jeden Fall meine Folge! Super! Fist of ins Gesicht ist cool! Jaja! Fist... Wie heißt das noch? Epic Fist of Glover oder irgendwie sowas? Keine Ahnung, wie heißt das Ding? Lefte Hand von Glover! Oh Mann! Hier ein Hammer! Nehme ich bitte! Ich höre mit meiner Fist! Ich höre mit meiner Fist! Ich höre mit meiner Fist! So, hier haben wir ja alles angeschnackt hier, ne? Hier ist ja... Angeschnackt! Angeschnackt! Genau! Verkauf schnell noch... Boah, nix da! Ja, dann wollte sie mir das alles kein wegnehmen! Ich hab's sonst noch gesehen! Boah! Ja, 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 ja! Dieнуть da? Nehme ich halt hier Zitronensaft! Wer schreit hier rum? Was ist denn hier? Jetzt ist doch schon wieder Scheisse! Sche... Scheiße! Was ist denn hier Scheiße? Sag doch mal! Ich habe erfasselt was ist denn hier? Oh Shim pronoun? Scheiße! Was denn jetzt?! Der Hammer! Rops! Von links nach rechts! Ja, ja, aber da wird auch nicht durchge... durchgepfeffert hier. Oh, jo! Wat? Äh... Ist doch blöd, warum vernehme ich denn jetzt doch damit rein? Oder hatte ich ihn vorhin? Ah! Okay. Ja, oah! Warte, ja, pass auf. Oh, der hat einfach nur in den Boden gestampft. Ah, haha. Kuss! Hahaha! Boah, alter Scheede! Ich hab leider keine stumpfen Waffen. Für mich ist langweilig, ich mach nur... Ich hör hier schon wieder so n' Explode, oder? Wartet mal, ich geh voll vorher schon wieder! Ne, wir sind hier draußen und hauen auf Leichen. Super! Die wehren sich wenigstens nicht. Richtig. Hab doch mal ne Chance dafür. Ich hab grad irgendeiner rumgemeckert. Ah, der Explorer ist da hinten beim Lieferwagen. Oder eben auch vor... oder auch gestern. Vorgestern! Vorgestern! In der letzten Folge. In der letzten Folge. So, jetzt wollen wir mal die Epic Christoph ins Gesicht rausnehmen. Oh ja. Und... Hattest du das? 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 Das ist so dämlich einfach. Gefällt mir. Ich hab mir das tot. Nix doch. Do it away! Da hab mir von dir die rum gebrüllt. Tschüss! Mann, du hästliche, alte Kacu. Also wirklich. Was ist denn mit ihm hier los? Wichtig. Oh, der war schon tot. Was wird ihn sehen? Meine Güte, wir sind heute überhaupt nicht ausgelastet. Wir haben gar... Was ist denn eigentlich unser Plan? Was? Neben Quest... Festung Gottes... Werkzeug zu Bruno... Kehre zu Hova zurück, rede mit Mugambel... Bringe Aufzeichnungen zu Jared Grant... Besorge das Satellitelefon... Was? Satellitelefon? Anja ist da oben links... Ich glaube vorher zur Kirche gehen... Was denn? Okay, ich würde sagen wir gehen zur Kirche oder? Also zur Kirche gehen, abgeben, zurück... Er hat Molly in der Hand, ich habe Angst... Dann können wir auch Schnellreise machen... Dann können wir auch Schnellreise machen, das ist ja eine gute Idee... Für die lauffaulen, mir fehlt das Auto... Ich möchte gerne wieder fahren... Hab ich gehofft, da kann man hier in der letzten Folge schöne Runde rumfahren... Pustekuchen, da muss man wieder durch die Wallachei laufen... Man sollte auch mal zur Schnellreise gehen, wenn man Schnellreise... Hehehehe... Ich weiß... Ich weiß... Ich weiß... Oh, jetzt können wir auch mit Mogambe reden... Oh, das müssen wir direkt machen, bevor er wieder verpackt wird und nicht reden möchte... Ja, los machen... Danke... Herr, Gott, dann haben wir sie auf der Suche... Träger schwere Pistole! Oh, Charly macht immer gut... Hä... Für deine normale Weiß-Pistole? Schlech... So, dann hätten wir hier noch keinen, sondern irgendwo bei euch. Achso, hier, hier. Ach, Howard, Craigson. Achso, war das der Typ? Nee. Wer war das? Ich hau den mal an. Ja, das ist der Typ, du bist schon weg, ne? Bauplan, auftrallen. Da wird alles weggelootet hier in der Zeit. Gar nicht wahr. Nee, jetzt. Ja, ja, da hinten, wieso so ein Krieg? Sie rumkriechen. Ich bau mir jetzt auch mal ne Schockpistole hier, hab ich noch gar nicht gehabt, ne? Jetzt hat bestimmt irgendeine Waffe aus dem Inventar genommen. Das nervt. Ja, aber das ist ja leider so ne Spielkrankheit hier. Ja, wir haben einen neuen Bauplan gekriegt, allerdings kann ich den nicht bauen. Schade. So, dann können wir noch mit Bruno quatschen. Yes. Endlich mal. Endlich. Oh, bless you, good people. These tools will be very, very useful. Ja, hate. Oder wir schildern was von uns. Ja? Mhm. Erstmal nehme ich das Geld. So, ich rede ihm an. Jawohl. Oh, ich hab' nicht gelesen. Hast du doch in deinem Starkding. Hast du doch in deinem Starkding? Hast du doch in deinem Starkding? Heh. Heh. Oh. Oh, ich hab' nicht gelesen. Ja. Oh, ich hab' nicht gelesen. Look around the neighborhood. Search the back of trucks, eh. Search the bodies of those who are no longer among the living. Maybe you'll find something. Heh. Heh. Das sind gleiches Angebot. Ach, ne Verstärkung, okay. Wenn ihr das sehen wollt, dann einfach mal kurz auf Stopp machen, wenn das kommt. Jawohl, ja. Jetzt wollen wir mal gucken hier, ist das hier so eine Endlos-Quest, oder? Ja. Ich geb' denen keine Nägel. Look around the neighborhood. Search the back of trucks, eh. Ah, okay. Ja, nee, ich brauch' Nägel. Und warum soll ich das denn geben? So, Quest, was haben wir denn da noch so? Wo ist denn dieser Gerrit-Gerrit-Gerrit-Typ? Wo ist denn dieser Gerrit-Gerrit-Gerrit-Typ? Wo ist denn da rechts oben? Aha. Ja, okay, äh. Hier kann man auch noch einen anquatschen. Ja? Ja, so Ryan. Ich weiß aber, ach nee, das war dieser Typ, der immer was wollte. Ach so, der will, äh, was sah das noch? Batterien, ne? Ja, genau. Willst du den mit Alkohol? Naja, da waren wir schon gewesen. Wo Alkohol gemacht wurde. Die, 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 äh, 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 äh. Okay, ja, sonst würde ich sagen, äh, äh. Wo war denn noch dieser eine, der dann noch an diesem Haus stand? Wo wir gedacht haben, ja, da gehen wir nochmal rein. Und warum sind wir denn da noch nicht mehr rein? Weil wir dann irgendwie wieder woanders waren? Ich weiß nicht. Die, 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 äh, 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 Nachricht an die Massen? Ich weiß nicht. Kannst du die gerade mal auch machen? Hä? Ich weiß nicht, das sind ja die Eingänge, okay. Ich weiß nicht. Auf dem halben Weg müsste das Lagerhaus sein, oder ein theoretischer Mercedes ist hier zum Lagerhaus begeben und dann von da aus runter zu den Aufzeichnungen Oder wir machen erst die Satelliten-Quest, die werden dann dementsprechend oben links, das können wir ja auch machen Das Satellitentelefon für Sergej besorgen Das wäre dementsprechend hier links von uns Ja, mach du das mal klar, dann Gut Klar gemacht, los geht der Spaß Josef, der kann hier noch ein bisschen rumliegen Ja, wir sollen jetzt zur Polizeiwache Eigentlich Aber da wollen wir gar nicht hin Auch wenn wir hier unseren Polizisten mit dabei haben Oh, ich höre ein paar Gegner Oh, ja, ja Oh, hat der Messer dabei? Er saugen Vorsicht Ich müsste wesentlich mehr die Finisher machen Oder die Special-Dinger hier Das konnte man grad nicht machen Ich kann meinen schon wieder die ganze Zeit machen, aber ich verpeile jetzt einfach, dann zudecken Da hin, da hin, da hin, da hin Alle da hin Ja, mit dem Geld Das ist ja angenehm hier War neu im Miet Ich will das auch können Bald, bald Bald Ja So, wir gehen zu den Abwasserkanälen Dann werdet ihr von hinten angefallen, ich hab schon gehört Ich halte mal hier vorne rein Ich halte mal hier vorne rein Oh, junger Mann Und wie er sich übergibt Die ja schon auf dem Boden liegt Die ja schon auf dem Boden liegt so die ganze zeit noch hier ich habe ja die ganze zeit special musik mal wenn du denn hier bist sag mal schluss hier wie sah es denn bei dir aus? hast du da nur eine kopflose gegenüber oder was? die hände im wehren gehalten ach so ok ich habe gedacht der steht da nur kopflose gegenüber das ist ja auch cool gewesen so hier ist noch besuch so einiges auch man jetzt hätte ich die fähigkeit haben müssen entscheid dann gehen wir ein Stück weg ja entschuldige hat ein bisschen gedauert egal ist wie weit dahinter zu spät gescheckt unter Schwede willkommen im Metzger Club echt Feuerzeug Feuerzeug das was ich hier durch ach man, die so alle zeichen immer noch brennen klatsch hier soll es durchgehen was ist denn das hier wieder spannende musik von hubert da 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 ja die ganze zeit hier ist ein ausweichen so lass uns mal hier drinbleiben hier drinbleiben mit der spannenden musik ja ich muss hier durch ich muss die Tür zu machen bis zum nächsten Mal ja, danke fürs reinschauen genau, der Durche kann den Rest machen jawoll ja, danke fürs reinschauen und wir sehen uns dann übermorgen wieder wenns heißt Dead Island und so weiter mit hier Fist of Wasser ins Gesicht was wir ein einziges Mal ausprobiert haben in der ganzen Folge sehr schön super ok, na dann, mach alles kaputt nicht zu Hause, nur im Spiel hau rein bis dann, tschüss